Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Morgens Jakob von Infraktor, ich bin wieder in Total War Arena mit Naran vom Infraktor-Orden und wir sind das letzte Mal in Total War Arena, weil, wie ihr hier gerade auf dem Bildschirm seht, es wird im Februar eingestellt, die Server sind down, das war's mit dem Spiel. Wargaming ist scheiße. Ja, seien wir doch mal ehrlich, es liegt ja an Wargaming, das ist der Publisher und das Spiel macht nicht genug Knete, weil das kann ja der einzige Grund sein. Denn sie sind alle Schweine. So, dann gucken wir nochmal, dass wir noch ein Gefecht finden. Erstmal sollten wir uns vielleicht, warte. Ja genau, in da. Ich hab mal die ganze, viele freie Erfahrungen, die ich hatte genutzt und hab mir mal meinen Katarga auf Stufe 6 gebracht, den ich dem Elefanten gegeben. Was soll ich jetzt noch groß sparsam sein mit der freien XP? Ähm, naja, was spiel ich denn dann? Das stimmt, ich könnte jetzt auch frei XP verballern, dann hab ich... Ja komm. Ich hab mir jetzt mal griechische, griechische Kavallerie hier voll ausgebrochen. Mhm, die hab ich auch im Start, die kann ich dann nachher auch nochmal, aber jetzt wollte ich erstmal... Ah ja, wir kriegen gar keine KI mehr als Gegner. Das ist halt auch irgendwo ein bisschen doof, weil ich fände es besser, wenn es bis in die Hohenstufen noch gegen KI gehen würde, dann könnte man nämlich schnell noch ein Gefecht finden. Also gut, jetzt ist das bald eh kein Problem mehr. Also, ja, Total War Arena, wenn man das nicht kannte, das war meiner Meinung nach das beste MOBA auf dem Markt, weil im normalen MOBA ist das ja so, man steuert eigentlich so einen nichtnutzigen Helden. Das kommt ja ursprünglich mal von Warcraft 3 in der Mod und über Dota und hast es nicht gesehen und dann den langen Weg bis heute und das Grundprinzip ist eigentlich fast immer geblieben, man spielt irgendeinen Muggelhelden, den pusht man, also man rüstet ihn aus oder uns gilt ihn und die Truppen, die die Handvoll Helden begleiten, die werden von der KI gestellt und diese, wir nennen das mal wohlwollend, Armee kämpft dann gegen eine Armee von Gegnerseite, wiederum Handvoll Leute, die die Helden steuern, plus KI gesteuerte Truppen. Fand ich persönlich immer ein bisschen lame, ist aber Geschmackssache, aber es hat seinen Grund, warum wir alle immer lästern, dass MOBAs hauptsächlich von Hausfrauen und kleinen Kindern gespielt werden. So, aber auf jeden Fall war das hier das einzige MOBA, das ich wirklich akzeptabel fand. Hier macht man es anders, man steuert eben auch einen Helden, aber er hat drei Trupps, Soldaten bei sich, er ist Teil von einem Trupp und die anderen Spiele auch. Es gibt also keine KI gesteuerte Truppe in dem Sinn, sondern eben alle Spieler steuern die vorhandene Armee. Und dadurch ist es, meiner Meinung nach, taktisch, strategisch in vieler Hinsicht viel besser geworden. Zudem hat es einen historischen, naja, pseudohistorischen Hintergrund, das ist der Creative Assembly. Wir wissen das ja, der Praktikant im Keller mit kirgisischen Wikipedia. Aber es ist angelehnt an die Antike. Kapua, Kapua. Oh scheiße, ich habe ja die Popcornmaschine noch an. Ich komme gleich wieder. Ich bin so stolz auf dich. So, wieder da. Äh, wo bist du denn? Ach, da hier links, okay. Ich gehe jetzt in das Zentrum mit meinen Elefanten. Äh, du ja dies. Enttäusch, ey. Ich wollte mir eigentlich nämlich nachher noch Popcorn machen, habe mal in die Popcornmaschine reingeguckt, habe beschlossen, äh, ich habe das letzte Mal nach Popcorn machen offensichtlich vergessen, die, die, die zu putzen. Vergessen. Ja, es war, es war Besuch da und der Besuch hat mich heftigst abgelenkt und, äh, da kam ich nicht zum Putzen von der Popcornmaschine, ich hatte was Besseres zu tun. Hättest du mal nicht mit deinem Elf. Ich höre das jetzt nicht weiter aus. Ich mit dem Penis denken, Monty. Ja, auf jeden Fall musste, habe ich jetzt mal einen Reinigungsintervall gestartet bei der Popcornmaschine. Tricken. Ich finde, dass die Karten toll aussehen, ich finde, dass die Einheiten super aussehen, ich finde, dass das ein super Spiel ist und das wird nur eingestellt, weil die Spiele von diesem Spiel nicht genug Geld ausgegeben haben für jeden Vierlefants, im Gegensatz zu den World of Tanks Spielern, die ja jeden Rotz kaufen. Genau, je Elenden, was fällt euch ein. Sagen wir doch mal, wie es ist, bei World of Tanks sind die Spieler so dämlich, die kaufen sich sogar den gleichen Panzer nochmal, bloß weil er schwarz bemalt ist und geben dafür Echtgeld aus. Und mit solchen Spielern kann man natürlich viel Geld verdienen, während du bei den Spielern hier nicht zu viel Knete machen konntest. Ich glaube, schon lang haben wir World of Tanks mehr gespielt. Ich habe es jetzt die Tage mal wieder reingeguckt, das ist immer noch ein total skurriles Spiel. Ich kann mir also jetzt Neger-Panzer kaufen, ist das so? Ja, die heißen dann einfach Black Edition und sowas, das sind im Prinzip genau die gleichen Panzer, das sind halt bloß schwarz. Okay, das hört sich so an, als bräuchte ich das unbedingt. Warum hatte ich das nicht früher? Ja, also, ich habe mir schon mal ein paar, ne, Achterbogen schützen, habe ich mir jetzt gegönnt, hier. Ich bringe mir auch nicht Verwirrungsfeindliche her. Wir sind jetzt die anderen Bogies, die nicht beschießen, gleich krallen. Warum zögern die Schlachtwart, wenn ich mit denen hier umfährt, spinnen? Vor uns liegt ein weiter Weg. Schütteln! War, half, sister, slay, das sind Elefanten. Befehle verstanden! Das finde ich ja jetzt eher unknusprig. Ich warte nicht ewig! Okay, die haben gerade keinen Bock auf mich, dann gehe ich halt. Und ich gehe halt auf Artie. Ich habe das Zentrum von ihnen völlig durcheinander gebracht, ich komme jetzt einfach mal zurück zu den eigenen. Was ist das? Die Elefanten und die Speerträger von denen halten mich halt so ein bisschen auf. Sonst würde ich mir diese Bogies ja schnappen, die ich die ganze Zeit beharrte. Jetzt entfernen sie sich gerade, jetzt kann ich sie holen gehen. Bin sie gerade ein bisschen dumm. Ich mag es, wenn der Feind dumm ist. Super. Noch diejenige. Ach, das ist doch frech, was ihr da macht. Jetzt mal ehrlich. So, ich rück mal wieder vor, dass die... Ich habe die linke Flanke so weit wie erstabilisiert. Ich habe diese Bogenschützen, die durchbeschossen haben, größtenteils umgebracht. Aber nur größtenteils. Ich greife mal diese Speerträger von hinten an, dann kannst du sie jetzt reinrushen. Die waren richtig frech, diese Speerträger. Ach so, dann soll ich vielleicht lieber ausweichen oder was. Haltet durch! Ich ziehe mit euch! Da kommen noch Schwertis. Die können doch jetzt die Speerträger angreifen, oder? Ich glaube, die können die mal binden. Dann kann ich auch hier den... den Todes-Rid des Grauens anfangen. Sollte es ja wohl dann gewesen sein, oder? Hi, I'm with you! Das ist nämlich ein ganz großer Held, finde ich. Hinter uns ist Cavalry, aber die sollten eigentlich... Das ist römische Cavalry. Na gut, die tolle jetzt. Na gut, ich bring's mal durcheinander. Na, das Römer? Ja, das könnte römische, das könnte so Gefährten-Cavallerie oder so gespatzt sind. Ja, sie hauen es ja trotzdem lieber ab. Ich glaube, ich stampfe auch gerade ein paar eigene Soldaten nieder. Aber egal! Was soll der Geiz? Wir haben genug davon, Fußfolge ist billig. Und die Iren, die kosten nichts. Ja, das ist ja traditionell so. Gut, ich rück dann wieder ins Zentrum vor. Die Cavalry ist ziemlich... Ich glaube, die zeitliche Cavalry eingeholt. Sehr schön. Vernichtung, du Penner. Ich habe die feindlichen Elefanten gefunden. Ich glaube, ich gehe auf die drauf. Ich kann denen halt nix, ne? Ja, deshalb bin ich die jetzt mal in der Hoffnung, dass unsere Spropole... Ich glaube, ich greife lieber ihre Speerträgern... Ich meine, dass die feindlichen Elefanten jetzt in unsere Basis führen wird. Oh, darum sind Katapulte... Ich gehe Katapulte kaputt, man. Das sieht schon super aus. Bald gehört das feindliche Lager uns! Hallo! Na? Doch, mal wegkommen. Alter! Ich habe doch gewusst, der sieht gut aus, wenn man mit Elefanten auf Köderbulte stampft. Okay, wir haben jetzt einen Cap-Sieg draus, oder? Die sind eh ziemlich geschwächt. Das haben wir aber ziemlich sicher geworden. Ich denke mal, wie viele Truppen in unserem Start sind. Ach so, das spielt mir einfach Spaß. Das hier ist einfach ein gutes Spiel. Creative Assembly soll halt einfach mal Eier zeigen und das am Alleingang fortführen. Das ist mal an Elefanten Spaß zu spielen. Ich finde zwar Kavalerie immer noch einen Zacken besser, aber... Aber woher kann ich auch mal meine griechische Kavalerie dann nehmen? Ach, oh mein, meine ist nur auf vier meine griechische... Oh, das macht nichts. Die pushe ich mal schnell auf sechs. Warte, was habe ich noch so am Schlüssel? Ich habe noch die römische Infanterie, glaube ich. Und die römische Infanterie und die römische Kavalerie habe ich auch... Ne, fünf wie immer jetzt. Ich bin jetzt Betriebsrat. Oh, ich kann mir die Sechser gar nicht kaufen. Ich habe meine Freierfragen für die Elefanten verpulvert gehabt. Was hast du jetzt? Ich habe denn jetzt Fünfer Kavalerie. Dann nehme ich auch die Fünfer Römer. Afrikanisch? Abby? Wenn Creative Assembly nicht so raffgierige russische Nasenbären wäre, könnten sie das Gold von dem Spiel wenigstens auf unseren World of Tanks Account übertragen. Creative Assembly? Ne, Wargaming. Habe ich doch gesagt, oder? Nein, du hast Creative Assembly gehört. Okay, ich war im Gedanken noch bei Creative Assembly, weil ich es halt so enttäuschend finde, dass die uns da im Stich lassen. Bloß weil die raffgierigen Russen von Wargaming nicht genug Knurrte mit dem Spiel gemacht haben. Ja, ich bin mal auf den dritten Warhammer Teil gespannt. Ich hoffe mal, dass es damit das Ding auch retten. Ich finde halt, Teil 2 macht es vielleicht besser, aber es ist halt immer noch nicht so gut wie Rom, 2 Total War. Ja, aber halt so eine riesige Welt. Und ich spiele ja besonders gern das Chaos. Ich glaube, das liegt an meinem Charakter. Hast du schon bereit gedrückt? Ich erkenne das gerade richtig. Ich habe bereit gedrückt, ja. Ich spiele halt gern das Chaos und die ganze Welt verwüsten wäre halt auch mal was, ne? Na gut, was kommt im dritten Teil jetzt noch dazu? Ich glaube, hier ein Café und so ein Scheiß, oder? Ernsthaft? Das ist doch kaum beschrieben in den Spielbüchern, in den Romanen. Als ob das jetzt hier irgendjemand interessiert hat? Irgendwo müssen sie die Infos für die Völker und Einheiten, außerdem ist Kartei doch ziemlich uninteressant. Da ist ja nichts in dem Sinn, außer halt die Skaven und Kartei. Mehr ist doch da gar nicht. Naja, es ging auch mal kurz. Mittendrin kannst du halt noch die Ogre packen, aber. Naja, es ging mal das Ding, dass ich quasi die Chaoswüsten noch hinbaue und dann das Chaos theoretisch dort sich je seitlich bekriegen lasse. Ja, die Chaoswüste könnten sie noch in Großzüge dazu machen und sie könnten halt die verwüsteten Lande hier östlich vom Rückgrat der Welt hier. Ja, super. Weißt du, er sagt mir, da ist ja nichts. Ja, da sind Orks, Ogre, die Ogerkönigreiche sind da. Das sind Vampirkönigreiche im Süden an den Arminen und Golf. Ach, Vampire, Ogre, Orks, Docks, Süddeutsch. Ja und, besser als nur noch mehr langweilige Chaoskriege im Norden. Sie könnten mal die Stadtschlachten gescheit machen und Seeschlachten hinzufügen. Die Ogre fände ich brachial geil, wenn man die Spiele könnte. Sie könnten halt im Süden noch ein bisschen weiter und vor allem, ja, die könnten mal den Süden noch ein bisschen interessanter machen. Aber viel haben sie mit der, das ist halt so, dass die, das Warhammer sich eigentlich immer auf die alte Welt und quasi einmal ringsherum konzentriert hat. Und man merkt ja schon, dass der Donut schon relativ, so im, ja, so ein Nebenspringsschauplatz immer blieb. Ulturan. Lieber vorhin geklatscht mitten ins Meer. Ja, das ist so, ich merke so richtig so, das Wichtigste ist die alte Welt. Plus im Norden Kislev und Gesocks im Süden ein bisschen Lumpenpack. Aber das Wichtigste sind Imperium, die Zwerge. Und halt irgendwas als Schwertfutter für das Imperium, die Zwerge. Und was, was mich halt so schickt, ist, dass du weder Kislev noch diese Stadtstaaten da spielen kannst. Tilea und Estalia. Die haben ja immer noch keine eigenen Einheiten, oder? Hatten die in Teil 2 mal mittlerweile ein eigenes Einheiten-Set gekriegt? Ja, die haben bis zu einem gewissen Punkt eigene Einheiten gekriegt, oder zumindest mal eigene Modelle für die Einheiten. Weil ich weiß noch, dass ich in Teil 1 da, wie ich im Süden unterwegs war, gedacht habe, das ist auch mal übelst kacke. Das sind ja genauso imperiale Städte und genauso imperiale Truppen, aber das haben sie in Kislev ja schon genauso gemacht. Ja, ich habe aber eine schöne Mod gefunden, wo du die Spielen konntest, diese Stadtstaaten. Und dann hast du Pekingiere als Haupteinheiten und Armbrustschützen und so einen Schritt, wie das halt so ist bei denen. Das fand ich ganz geil. Muss man in Italien mal wieder reingucken. Vor allen Dingen, weil sie sich halt viel auf diese, wie heißen diese berühmten Söldnerregimente? Ah ja, da gibt es ganz viele. Ja, aber da gibt es auch einen Begriff. Im Englischen heißen sie Regiments of Reno. Und halt irgendwie, was ich weiß nicht, berühmte Söldner Spastis hat. Ja, da gibt es ganz viele Söldnerregimente. Ja, ich finde das halt ganz geil. Die stützen sich in dem Mod da drauf. Also damit baust du dir deine Kernarmee zusammen und alles andere ist so, viele fandst du ja ausbrauchen. So, wie ich das letzte Mal Total War, Warhammer 1 und 2 hier verbunden gespielt habe, hatte ich ja wieder das Imperium genommen. Und war wieder total angefressen, weil sie es immer nicht auf die Kette gekriegt haben, zu verhindern, dass man sich untereinander haut. Also im Sinne von, dass die Zwerge in der das Imperium überfallen, die haben im Süden problemlos die Orks weggemacht. Ich habe das Chaos aufgehalten, dann besiegt, mehr oder weniger im Alleingang, wollte ja keiner helfen. Und musste ich ja schon die Vampire leiden, haben die Zwerge auch nicht geholfen. Und während ich im Norden beschäftigt war, haben die Zwerge sich im Süden übelst ausgedehnt, zusammen mit den Waldelfen. Die haben im Prinzip im Alleingang die ganzen Menschen im Süden alle weggemacht. Die haben auch Bretonien im Alleingang fast alles weggemacht. Und dann haben sie sich untereinander eine Zeit lang gehauen. Und dann, wie das Chaos besiegt war, haben die Zwerge mir instant den Krieg erklärt. Und hatten ja die Orks ausgelöscht, denen gehörte im Prinzip der ganze Süden. Und die Waldelfen hatten angefangen, ganz im Süden die Vampirischen auszulöschen zum Großteil. Und dann, nicht die Vampire hier, Necker, die Untoten. Ja, die Kruftkönige. Ja, die Kruftkönige, die waren von den Waldelfen, drei Full-Sex-Waldelfen haben gereicht. Die haben alles Blattgewalt, was in den Weg kam. Und dann sind sie auch gegen mich gegangen. Die Waldelfen nicht, weil die Waldelfen mich ganz toll fanden, nachdem die Zwerge mir den Krieg erklärt hatten. Und daraufhin habe ich angefangen, Zwerge zu schlachten. Und habe die auch angefangen aufzurollen, von Norden nach Süden, wie so ein Wandteppich. Aber das Problem ist eben, ich habe in dieser Kampagne nur spielen können gegen Vampire, Chaos und Zwerge. Weil alle anderen wurden schon getötet, bevor ich in die Nähe kam. Weil die Vampire und das Chaos fliegen war erstmal das Wichtigste. Und in der Zeit haben die Zwerge und die Waldelfen alle anderen ausgelöscht. Na gut, im Westen stehen noch die Truchie, also die Dungelelfen und hier die Donut-Jungs, die restlichen, die es noch gibt. Die Hochelfen. Aber gut, das ist ja auch nicht wirklich spannend. Die Hochelfen haben den Osten ihres Gebietes an die Zwerge verloren. Die Zwerge haben eine Flotte gebaut, sind rübergefahren und haben den Osten von Ultoran erobert. Du musst denen erstmal eine Flotte bauen in dem Spiel. Du kannst ja einfach so fahren. Ach ja, im Sinne von Flotte, das meine ich ja, im Sinne von Flotte bauen. Tatsächlich gibt es ja keine Schiffsschlachten. Leider. Das ist jetzt gut. Ja, ne, ich habe momentan bei meiner Kampagne das Problem, diese Waldelfen sind mit der Mod Schweinestark. Ich bin zwar mit den Zwergen verbündet, habe die Vampire besiegt, habe Wissenland und Avaland dazu gebracht, dass sie sich mir anschließen. Wie heißt die Provinz, wo Wurtbuttons Motuland drin liegen? Das ist eine Talabäckland, was Untertalabäckland hat. Das habe ich den Vampiren wieder abgenommen, also der Süden. Stierland? Ja, kann sein, dass es ein Stierland ist. Auf jeden Fall, die habe ich alle geschnappt, das gehört alles mir. Nur haben jetzt die Waldelfen mit dem Krieg erklärt und deren Bogenschützen sind so Wichser. Der Einzige, der so wirklich eine Chance bei mir hat, ist Balthasar Geld, weil ich den immer als Anfangshelden nehme. Und er sitzt halt schon auf seinem fliegenden Pony da und zaubert da einfach tot. Ja, der hatte dieses... Nee, ich weiß nicht, Pegasus. Hier, Transmutation to Lead oder so. Einfach tot umfallen rein, also. Das ist ganz geil. Ich glaube, es ist der Anführer-Toten an die ganze Truppe. Sieben Minuten schon. Ja, das ist halt, wenn jetzt die Surfer dicht gemacht werden, hören die Leute natürlich aufzuspielen, weil für was sollen sie noch Zeit investieren? It's very, very set, world. Da finde ich tatsächlich immer ein MOBA, das mir gefällt. Das ist wie bei Filmen und Serien. Gut, bei Filmen jetzt nicht, aber bei Serien. Wenn ich eine Serie finde, die ich gut finde, zack, werden sie eingestellt. So eine Staffel mehr, hier ist Serenity, Firefly, eine Staffel weg. Stargate Universe hat es immerhin, glaube ich, auf zwei Staffeln gepackt, weg. Black Sails hat es, glaube ich, auf mehr als eine Staffel gepackt, war dann auch relativ zügig weg. Das habe ich mir lustigerweise auch angeguckt, wie das Black Sails gepackt hat. Das fand ich echt gut gemacht. Was war das? Crossbones? Nee, doch, Crossbones? War, glaube ich, auch immer ein Staffel geschafft. Ich hoffe, dass sie jetzt Star Trek Discovery nicht direkt schon wieder platt machen. Ah, genau, Star Trek hier mit dem Archer, fand ich richtig gut, platt gemacht. Ich fand das richtig gut. Klar war das nicht der PK, aber das fand ich irgendwie so ein... Ich habe die irgendwie ins Herz geschlossen, diese Bande mit ihren Baseballkappen und dem Köter an Bord. Die einfach überall landen, scheißegal, sich überall einmischen, scheißegal. Das hört sich noch ein Packer an. Ja, es hört sich vor allem an, wie wenn du eben jetzt irgendwie eine Bande, Mischung aus Europäern und Amis an Bord von einem Raumschiff packen würdest, einfach mal ins Weltall schießen, so, hier, guckt euch mal um. Mach mal was, ja. Bringt mir irgendwas heim, dass ich das, damit die Leute heim akzeptieren, warum man das viele Geld für euch ausgibt. Okay. Ja, und dann zockelt der Ami mit der Baseballkappe los, mit dem Beagle und einem Haufen Typen, die wir auf der Erde offensichtlich gebraucht haben, die sind deshalb ins All schießen konnten. Ja, und hier das Neue, das Discovery, finde ich echt nicht schlecht. Die ersten paar Folgen haben mich wie immer etwas irritiert. Das fand ich auch bei Stargate Universe damals so, dass ich nach der ersten Staffel immer nicht so ganz sicher war, ob ich da überhaupt einen gut leiten kann. Aber es war irgendwie gut gemacht. denn die Leute ernannt, weil wir beide hier nicht Increitter sind. Vielen Dank.